Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mit dabei sind ganz viele Leute heute. Jetzt durchzählen oder was? Eins. Ihr müsst mir noch irgendwas sagen. Drei. Ja. Voll viel. Ja Matrix Pro auch am Start hier und wir wollen ein bisschen Golf spielen heute. Und mit der beiden noch der Alpha und der Ballistik. Genau. Ich wollte mich gerade zu Wort melden, aber da fällt es mir ja rein. Ja, wir versuchen ja hier mal eine kleine Runde Minigolf. Und mal schauen, wer natürlich von uns der bessere Spieler ist, ne? Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich bin grün. Ich bin verablen. Hat er los Ballistik? Ja, keiner. Jetzt. Ach, wie schön, dass jeder... Ich hab meinen Hut doch auf. Guck an. Wer hat denn da ein Radar? Ich? Wie geht's? Du schwummelst doch mit Radar, oder? Muss man da lang? Glaub nicht, oder? Oh klar. Macht sie. Ups, ich bin... elderlyig? Warum? Haben sie alle weg? Nein. In Wasser? Ohhhh. Oh, man. Ach, geht doch. Also, bam. Voll ist Pfund. Die Musik jetzt wird voll. Aff, Banane! Michael Landkreis Circa, der Markle und Dr. Wir lochten da ein. Was... Was soll das? Genau. Oh, ich bin so ein Noob. Das muss ich jetzt sagen. Was soll ich denn das sagen? Richtig, schön nach draußen mit dem Ding, du bist doch drinnen. Ja, das da musst du rein so. Ich bin der letzte. Oh, sexy. Oh, 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 ey. Aber jetzt kann sie nur noch besser werden. Oh, ja. Hast du hier ne Bananenschale? Nein, nein, nicht da und da, nicht da und da. Ja, 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 ja. Halt, stopp, verdammt, kack, kack. Nein, ich wollte da und da. Hast du, warum machst du den Radar da an, was denn da los? Ja, cool, ne? Ist Kollektion an? Ja. Oh, da hättest du mal vorher, da hättest du mal vorher sagen sollen, verdammt. Du, Didi. Okay, rein, danke. Ich hab nicht einen Schuss gemacht, er schießt mich damit rein. Das hätt ich vorher wissen müssen, hätte ich euch schon längst wegschießen können, Mensch. Und hüpfen ist er auch an. Wer ist an? Hüpfen. Nein. 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 Du mit deiner Salatschüssel da rein. Schrei, ey. Angeber. Ach, das fährt das wieder mit dem Loch, ne? Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Und tschüss. Voll am Cheaten. Tsch. Hui. Das war ja hier wieder, weiß er wohl, ne? Warte mal, welche Richtung muss ich denn jetzt? Du musst nach links und dann musst du rechts abbiegen. Ja. Du musst immer rausfinden, von wo ich gekommen bin. Du bist von hinten gekommen. Ach. Wieso mach ich das denn nicht wieder hier auf Tricky? Weiß ich nicht, ich bin im Loch. Du auch? Ja, ich auch. Ach. Was wolltest du denn jetzt hin? Willst du die Blut pflücken gehen? Ich kann einen hier umzwitschen tun. Eigentlich kann man doch hier längs. Ja, genau. Man muss dann nur mit Gefühl stoßen halt. Das hast du im Single. Du bist nur nicht ein bisschen zweideutig, oder? Und das hast du im Single. Ich sehe dich nie zweideutig hier. Ich denke auch nicht zweideutig. Kannst du die Erdbeer-Tante fragen? Äh. Naja. Was denn? Eindeutig, denkt er. Nein! Was hast du denn für Dings hinter dir her? Was? Irgendjemand hat mich geschubst. Weg da! Weg da! Weg 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 weg! Halt! Nein! Halt! Stopp! Und... Juhu! Ja! 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 Ich roll rein! Matrix, hau ab da! Hey! Ich schub sie mal eine an! Ich hab's jetzt so einen Schlag gebraucht. Du kriegst ja noch einen Schlag. Ja, einen Nacken kriegst du den. Boah, ich fühl die Tabelle ja von hinten an. Ja, das ist auch mal was, oder? Oh shit. Boah, die hießen über die Hunde. Das ist das sehr gut. Tante. Hä? Kommt nicht! Wui! Und ab ins... Ich schubst! Ich schubst! Oh, und ab ins... Ich schubst! 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 Ja, Alfa, das sieht doch schon ganz gut aus eigentlich. Kann mal jemand die Tretrufe ausmachen? Ich hab ein Doppel-Doppel-Boogie! Ein Boogie-Doppel-Boogie! Doppel-Boogie! Bubbel-Bubbel? Was? Ich bin auf einmal nett zu? Oh! Oh! Ach nee, ich seh mal mit diesen Milchschnitten. Ist das hier wieder an den Seiten, ne? Das sind keine Milchschnitten, ne? Das sind... Probier ich zu schummeln? Ich... Oder nicht? Nee. Das sind Clemschnitten. Halt! Stopp! Nein! Nein! Das sind die Ugo Haribo-Sachen hier. Nein! Ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Wie hoch springt man denn so, wenn man springt? Nein, 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 nein! Oh! Na, na! Hau ab hier jetzt, du! So! Ich bin ein Paar! Ich bin auch ein Paar! Tanti, hast du ja schon jetzt Luftunterschutz angefordert eigentlich? Warum? Mit deinem Radar da? Achso. Ja. Das war noch nicht angekommen. Aha! Einmal Blumen pflücken, bitte! Echt jetzt? Ich bleib hier auf der Strecke stehen? Oh, Benzin alle? Ja, ja, danke, danke! Hörst mich auch an! Warte, warte, schubst mich! Hörst mich! Ihr sollt nicht shiten! Nicht shiten da hinten! Schubst mich! Schubst mich! Geht doch mal weg! Geht doch weg! Hui! Jawoll! Dann bin ich wieder ganz oben! Nein, der hat mich runtergefallen! Ich auch, weil irgendwer hat mich rausgeschubst! Ich war das nicht! Hördi! Wo? Wenn er ja schon sagt, er war das nicht, ne? Hey, was war das denn? Nein, ich bin im Loch! Roll, roll doch! Was kommt wegen deiner Windsegel da? Das hält dich auch so! Ich wollte dich hier finden! Hier! Ja, sehr elegant ins falsche Loch! Hä, hä, hä... Hähä! Wie, voila? Das sieht so komisch aus mit dem Brander. Ich hab den auch gar nicht freigeschaltet übrigens, ich hab nur so nen komischen Hut. wieso sagen Frauen immer Dingsbums oder weiß ja ach nicht diese komische Map hier wo wolltest du hin zielen das kann doch nicht sein was denn das wer baut so eine Map der muss erschossen werden was wieder rausgesprungen ich habe keine Lust mehr jetzt hier also schwarz ist das ja irgendwie nicht das sieht irgendwie mehr glaube ich aus wie braun ich weiß ja nicht was du für Augen hast weil das ist schwarz AfD Wähler oder was 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 machst du denn da da muss man eigentlich weil ich mach so und dann mach einfach so das macht doch nix ist doch egal das ist doch nix nix neues jetzt auch der Kram hier wieder warum was war das denn ja voll geile Bockwurst jetzt bei dir ob sch affch Alter, Alter. Das ist ja voll das Feeding. Das sind Skills, wa? Nächste Vergleich mit meinem... Oh, ich bin mal zweiter. Was ist denn da los? Oh, ich bin nicht mehr letzter. Warum bin ich jetzt letzter? Das finde ich so nicht in Ordnung. Ich finde mich diskriminiert, nur weil ich jetzt schwarz bin, oder was? Garantiert deswegen. Wie bei South Park habt ihr das auch mitbekommen? Dass sich da viele drüber aufregen. Ja. Versteh ich nicht. Alter, guck dir das an. Mit Ansage und, 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 ne? Wie ihr hier so gekonnt reinrollt. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Irgendwo ist bestimmt das Loch. Oh, das wird zu toll. Ah, danke, dass du es sagst. Hä? Ich hab dich weggeschubst. Ja, ich auch. Danke. Dafür hab ich jetzt kein Ding verbraucht. Danke. Nein, du hast nicht gesprungen. Danke schön. Siehste, geh doch. Na, geh doch da. Oh, Mann, 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 Mann. Und rein da. Rein da. Mann. Na, 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 na. Mensch. Das wär's gewesen. Noch anerkannte liegen bleiben. Ach ja, sehr geil. Ja, ne. Ja, ne. Och, Mann. Das war ja die Map. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, sch. Wunder gefallen. Da ist ja noch ein Loch. Warum sind da so viele Löcher? Mann. Mist. Nein, nein, nein. Danke. Warte mal. Nein, 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 nein. Das war einfach so, oder? Stopp. Oh, oh, oh. Nee. Gleich ab auf die nächste Bahn. Weiter geht's. Oh, das ist doch hier. Der kriegst du doch gleich. Spring, 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 spring. Da, hier. Oh, oh. Oh, das war aber jetzt nicht. Hab vergesst, dass wir mehrmals springen können. Verdammt. Wir sind schon wieder Letzter. Wir wechseln uns ab, glaube ich. Das finde ich nicht in Ordnung. Macht ihr mal vor. Wo muss man denn da so lang? Nichts ja recht. Oh, das ist jeder ganz blöde Level hier. Oh. Ich komme mal gar nicht hoch da. Ich bin am Loch vorbei gerollert. Nein! Nein! Hey, was ist das? Ah nein! I'm in das Ding! Ich bin am Loch vorbei gerollert. Nein! 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 Und rein nachher! Nein! 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 so hallo warum ist der weihnachtscode kugel die weihnachts die weihnachtscode kugel ich muss das irgendwie in hohlen wand schaffen wenn man weiß welches man in welches ding man reingehen muss dann was ist denn hier los links mittel rechts was nehmen wir diese faktik überall war das noch ich weiß es noch ich darf es dir nicht ich nehme einfach mal ganz rechts ist doch schon wieder am reiten was da los ja auch ganz rechts dann kommst du auch mal verdammt hätte ja klappen können du musst noch ein paar pünktchen rum raufschmeißen das ist doch richtig richtig ich bin richtig das zweite mal raus boogie boogie du hast so ein cooles ding hinter dir herzding bumms ding ich nenne es Schweif genau die kann man auch irgendwie freispielen glaube ich ne ja also habe ich jetzt so ein bisschen freispiel bekommen das ist hohe 16 das ist dann wieder mit dem wasser geile kacke nicht das war viel zu toll warum springe ich denn nicht warum springe ich denn nicht aber pass mal auf da machst du trick 17 hoffentlich ne warte mal trick 17 war der nach 16 ich bin noch nie vor meinem stuhl gefallen das war nicht ich ja toa hier eingedings und so wo ist du denn lang jetzt 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 nicht dritter oder so hast du das blumen gepflückt ja du rollst noch rein mit dem letzten schlacht oh ne ne hast du noch mal richtig volle pulle guck dir das an wie ich den ersten platz verloren habe ich führe das erste mal in meinem leben in diesem spiel habs sagt das ist um das ist damit die努力 der sie traurig nämlich um einst du bei rockin-link verbessert habt wöer da hat gar alle verfolge am kop okay Ab in den Keller. Oh, kann Spider-Bill weggehen? Geh da weg. Geh da weg. Oh. Nein. Ich hab zu dir gestoßen. Tanti sagt, oh, irgendwas ist passiert. Nein, 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 nein. Ich hab zu dir gef... Jetzt roll doch in das Loch da rein, du oller Boll. Du hüpft dir da mal raus, der Ball. Dass das ein Gummiball ist. Oh, nein, 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 stopp. Fall immer zu den Schokotenlack zu Ende. Oh, Mann. Jetzt bin ich letzter. Ja. Ja, was macht ihr denn da oben? Wie seid ihr denn in diese Blume reingekommen? Was ist denn eine Blume? Ihr wisst wie eine Sanzen-Teile. So, das war so eine Rampe, ne? Ja, nur ein Punkt, nur verloren. Oh, was ist das denn jetzt, ja? Oh, 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 oh. Ach ja, das ist der Baum, okay. Ich bin fast in so eine Röhre reingefallen. Hä? Wo wolltest du denn lang? Nein, 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 nein. Tschüss, hallo. Tch, 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 tch. Wieso bist du denn runtergefallen? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist ganz so. Alter, was machst du da? Ich, äh, ach nee, ne? Geile Scheiße. Das ist kaputt. Oh, ho, 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 ho. Auge zu und kaputt. Dann muss man da irgendwie, ich muss noch da hängenbleiben, genau. Oh, ich bin gut hängengeblieben. eigentlich nur noch da irgendwie so durch und dann ist loch so knapp du schaffst es, lass ihn raus den tiger oh du stehst da ganz doof gerade, alter falter das muss ja nur noch da dich versenken er packts auch noch auf so ner strecke ich bin nicht letzter, ich bin nicht letzter das war das letzte loch, oder? nein nein hast du unentschieden? ja ja das war normal, das war doch mal ein spielchen jetzt hier ja ja, erste runde, erstes glück ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll jetzt, das kann ich so nicht liegen lassen also wir haben keinen viertplatzierten, wir haben zwei erste, einen zweiten und einen dritten ja, das kann man so sagen, ja praktisch bronze ja, ich hoffe ihr hattet Spaß gehabt hier beim video, so wie wir das beim spiel hatten und wenn euch das ganze gefallen hat, dann lasst uns doch einen daumen da oben da oder einen kommentar oder ein abo und ihr anderen dürft mal die verabschiedung machen, ich für meinen teil sag schon mal bye bye und wir sehen uns in einem nächsten video ja ja, hat Spaß gemacht, ich hoffe wir spielen demnächst mal auf einer anderen map bei dem minigolf und dann schauen wir mal wie es da ausgeht, ob der alpha da auch dann wieder in den ersten platz hält oder ob er dann diesmal abrutscht und in dem sinne sag ich dann auch noch einen schönen tag und viel spaß die o von mir auch, auf wiedersehen und bis zum nächsten mal tschüss ja, bye